Willkommen zurück zu einer Runde Feuerschaft. Mit ungefähr 500 Tickets und ein paar sind schon abgelaufen, sehe ich gerade. Ich spiele den Sanitäter bzw. Sturmsoldaten. Mit der F2000. Oh mein Gott, hier kippen wir alle um. Weil ich dafür nur Kopftreffer brauche und... Oh ne, der gehört zu uns. Mit dem Granatenwerfer brauche ich auch noch Kills. Oh, Zielfernrohr. Ich würde den so gerne wiederbeleben jetzt gerade. Aber ich fühle mich gerade total unsicher. Ich werde mal versuchen, den Punkte zu verteidigen. Hat ja sehr gut geklappt. Medipacks habe ich nicht mit, weil ich ja den Granatwerfer dabei habe. Da, die M320. Vielmal geil. Solche Kills, genauso wie mit dem Raketenwerfer, sind eigentlich total verhasst. Aber, ähm, die bauen jedes Mal ein. So als Auftrag. Komm schon, bleib mal ruhig hier. Da ist da einer und... Ach, Mano. Den hätte ich ja fast noch erwischt. Und dieses riesige Zielfernrohr, was ich gerade bekommen habe, ist, glaube ich, auf dieser Map unnütz. Mit der F2000. Reflexvisier finde ich eigentlich ganz geil. Soviel ich weiß, für kurze und mittlere Distanzen. Gar nicht zu sehen jetzt. Hi. Oh, Mann. Glaub mir doch nicht mal den Kill dir. Nein. Oh, genau. Das weiß ich erst mal, was ich da gemacht habe. Ich habe eben Wasser, das benutzt. Krass. Okay, komm. Double XP. Wir sind immer noch am Double XP-Wochenende. Nur für Premium-Mitglieder. Natürlich auch irgendwie gemeint. Oh, Mann. Okay, war eigentlich dumm. Oh, nein. Sich da weiter im Weg zu stellen, weil da waren zwei. Und dazu mir, da war nur einer. Und wir laufen mal zu A. Oh, sauber. Doppelter Kill. 40 Punkte. Kurz mal nachladen. Überblick verschaffen. Alles Rehgips-Wende hier. So kann das ja nicht halten. Ja, ballert doch alle Wilde rum. Krass. Oh, Granate, Granate, Granate. Granate. Wie, Selbstmord. Da war doch nicht meine Granate, oder doch? Nein. Doch. Oh. Oh, ich wollte den gerade wiederbeleben. Im Sterben wollte ich den wiederbeleben. Und noch länger geht die Waffe nicht mit dem riesen Schalldämpfer da drauf. Schalldämpfern übrigens die... Mann. Ich weiß auch, eine geile Art, Punkte zu farmen. Ach. Nächster nehme ich den Re... Ähm, ne? Diese Wiederbelebung nicht an. So. Gets aber. wir sind auch fertig nachladen weiter danke ich kann ja auch nicht auf pistole wechseln und die leute dann damit niederstrecken nein ich muss warten bis er nachgeladen hat natürlich oder den benutzen niedergehalten mit mit einer granate ok wenn er in deckung geht es ist in ordnung sprinten habe ich drin ist eigentlich gut wie der einzige der sprinten drin hat diese sport fähigkeit manche haben immer dasselbe drin meine güte hier schnapp da schnapp daran hat da cool das war nicht so cool war das eine eliminierung mit einer granate bin ich jetzt nicht sicher da brauche ich auf jeden fall auch noch einige für den auftrag jetzt versuche ich erstmal stichpunkt zu machen für die jng 90 dafür muss ich dreimal vorherrschaft zu machen gewinnen und 50 kills mit präzisionsgewehr 20 habe ich schon davon naja da sei doch das war eigentlich gar nicht so schlecht jetzt sehen gerade ich brauche immer meine hilfe sauber habe ich immer besonders gerne gerade anzukommen und dann zu sehen nicht mehr wieder belebbar so ein bisschen krumm die waffe gehalten aber ist in ordnung noch sieht es gut aus mit den punkten vielleicht bleibe ich sogar hier drin hier hilfe bei kill ok immerhin bäm ich dachte ich habe mich selber umgebracht war mit dem wohl nicht so wir haben mal bei gustigitar ein netter name ich weiß gerade nicht vorher die angreifung aus welcher ecke der kommt so rum dann warte ich mal hier dann laufen hinterher dann müsste jetzt irgendwo vor mir sein ach komm schon granate im wasser bringt die da eigentlich was in dem mini pool vor allem voller pissbank da kann man doch nicht drin schwimmen was ist das denn für ein penthouse obwohl ich glaube die machen da andere sachen drin alles klar dann reicht es vollkommen eigentlich wenn die alle tut ach genau level 100 dann geht es doch so ich versuche jetzt mal ein bisschen konzentrierter zu zocken einfach mal ein paar granaten hinten rein halten ja toll die ein das habe ich nicht erobert meine güte ich wollte mich gerade hinlegen aber da kam schon meine güte die maps sind aber echt heftig da kommt von allen seiten kommen die das nicht gucken wenn man wenn man da schon reinguckt wie viele leute da rumlaufen dass der wahnsinn ich glaube dass ein 32er map gerade wir gar nicht wissen ob man die mit 64 zocken kann ich glaube nicht so ein bisschen voll und 11 zu 13 jetzt wenn ich reinkommen ich war nicht das gelbe vom ei aber ich hatte schon mal schlechtere ergebnisse toll ich war da mal wieder nix sogar keiner machen die denn da was machen die denn da aus nächster nähe genau das gibt ein selbstmord viel weiter weg die granate aufgeschlagen wobei das fand ich auch bei bad company zwei besser diese granaten die konnte man immer schöne leute reinschießen das konnte ich da relativ gut manchmal diesmal ist das nicht dasselbe synchron tot aber immerhin habe ich den jetzt auch mal erwischt der hat mich glaube ich drei maßstand gerade 3 zu 1 ach man gibt es denn sowas wieder banate das ist doch okay schade nicht mehr erwischt nur an nur angekratzt habe ich den aber die punkte gehen da relativ schnell runter waren es glaube ich zehn minuten nicht aufgenommen habe 14 zu 16 natürlich nicht so toll aber einen geilen ping habe ich ping ist die verzögerung die er zum server habt je besser der ist desto direkter seid ihr damit verbunden also wenn so lecks auftauchen dann habt ihr einen scheiß ping kann manchmal auch ziemlich nervig sein aber ich habe eigentlich immer einen relativ guten habe ich keine ausrede dafür boah stichpunkt nachher genau dreimal muss ich sowas gewinnen rund 13 minuten 54 seit zehn minuten war ich dabei und jetzt versuchen wir mal was anderes noch mal obwohl eigentlich nicht ich war eine f2000 kills granaten kills ja ich bleib mal dabei war zwar jetzt nicht so ergiebig aber vielleicht kommt es noch okay diesmal auf der map vorherrschaft altmetall also auf der map map altmetall im modus vorherrschaft geht relativ schnell diesmal da war wieder die f2000 noch mal zur erklärung warum ich damit spiele da brauche ich nur ein paar kopftreffer mich rast direkt los ja ja okay da war ich zu nah dran für den granatenwurf warte mal einnehmen das lohnt sich noch und wo schmeißen die denn ja krass ich glaube mit dem granatwerfer rum okay diesmal sogar zurecht granate 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 sony hab ist das zu fassen die ihn doch wohl daneben hoch aber wahrscheinlich war der hinter dem zaun sowas von geschützt durch diese eine strebe und chat wieder ausmachen der nervt mich teilweise low noobs gut da ich ein high noob bin an der gehört zu uns okay wir wollen nicht verfolgen ich nehme das hier mal mit ein oh mein gott ok warte auf mich oh 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 das könnte ich nicht anders wieder beleben toll granate helfe bei kill 98 wie ich sowas hasse ne das ist immer so krass Was hat denn wir da? So. Oh, der ist umgefallen. Alter, Schwäche. Nein. Hier war da noch einer. Hallo. Also, dass sie das mit dem Spawn immer noch nicht hingekriegt haben, das finde ich schon ein bisschen traurig. Weil die sind jetzt gleichzeitig nebeneinander aufgetaucht. Was ist das denn? Hilfe bei Kill 93. Immer gerne genommen. Ich sollte mal mehr Messer benutzen und Granaten. Zudem noch die Granatwerfer. Yes. Sau.